Wer kennt die Sendung? Was kommt jetzt? Testesser. Genau. 20 Personen, zweieinhalb Stunden ab der Zeit. Los geht's. Warum hauen die denn jetzt alle ab? Ich hab keine Ahnung, ich hab alle Angst. Ich weiß nicht. Hallo. Wo seid ihr? Ja. Ihr könnt euch ja nicht hier verpissen. Ihr müsst doch hier besprechen. Da geht ihr einfach alle. Achso, Entschuldigung. Gut. Also. Also. Bitte. Wir machen eine spanische Kartoffelsuppe. Ihr müsst euch unterhalten, nicht ich. Ja. Spanische. Ja. Dann machen wir. Bratkartoffeln. Bratkartoffeln, Champignons, Schnitzel. Ja. Und eine andere im Quark. Räuft. Und was ist an der Kartoffelsuppe so spanisch? Ähm, an der Suppe ist spanisch, weil wir normal Cabanossi reinmachen. Cabanossi? Spanisch? Ja. Aber da ich die vorgestern gekocht habe. Ja. Und die aufgegangen ist, müssen wir jetzt improvisieren. Ja, ist ja euer Testessen. Ist ja eure Zukunft. Ist ja euer Laden. Das Team startet mit den Vorbereitungen für das alles entscheidende Testessen. Ich glaube, dass du locker fünf bis zehn Prozent deiner Kartoffeln wegschmeißt. Und das ist eine Bratkartoffel? Ja. Super. Nichts entgeht den Argus-Augen des Sternekochs. Was hast du denn gelernt eigentlich? Ich habe gar nichts gelernt. Ich habe damals, wie ich hätte eine Ausbildung machen können, waren viele familiäre Probleme, wo ich direkt Geld verdienen musste. Ich bin also schon mit 17 in die Fabrik gegangen. In die Fabrik? Ja. Du hast gearbeitet. Ja. Wie bist du denn jetzt in diesen Laden gekommen? Ich bin in diesen Laden gekommen. Ich habe mit der Susanne zusammen im Krankenhaus in der Werke gearbeitet. Ich habe ihr erzählt, dass ich unzufrieden bin, dass ich mir auf kurz oder lang das andere suche. Und sie dann irgendwann kam und sagte, du, ich möchte mich selbstständig machen. Ich habe dann gesagt, okay, ich ziehe mit. Und so bin ich hierher gekommen. Kommst du mit der Höhe deines Lohns klar? Der erste Lohn, der ist gekommen. Der ist ab Juni weniger Gehalt gezahlt worden. Jetzt auch im letzten Monat die Hälfte. Aber wie zahlst du denn deine Miete und deine Sachen? Von meinem Ersparten, was noch da ist. Das heißt, im Grunde genommen investierst du hier in diesen Laden? Weil es mir am Herzen liegt, dass Susanne nicht untergeht. Was für eine starke Frau. Verzichtet auf die Hälfte ihres Lohns und investiert im Grunde genommen in diesen Laden, damit er einfach nur erhalten bleibt. Dass Susanne gut geht und sie den Job nicht verliert, weil sie sich hier so wohlfühlt. Mega. Was für eine tolle Einstellung. Davon braucht man mehr. Nächster Check. Die Speisekarte. So, dann gucken wir mal. Eins sticht sofort ins Auge. Die Preise. Hauptspeisen. Und da fähre ich mir sofort auf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht, neun, zehn Schnitzel. Eine Currywurst und einen Burger. Das sind die Hauptgänge. Schnitzelbude. Also ein paniertes Schnitzel ohne alles kostet 10,50 Euro. 10,50 Euro, die gefrorenen Dinger aus dem Kühlhaus. Kauft ihr fertige Schnitzel? Paniert und eingefroren? Ja. Diese Schnitzel. 16 Euro. Ein Schweineschnitzel. In anderen Restaurants kriegst du für 14 Euro ein Rumpsteak. Nee, geht gar nicht. Viel Geld für nichts. Frank Rosin schlägt die Speisekarte ganz schön aufs Gemüt. So kann es bei Susanne und Bettina nicht weitergehen. Doch davon wissen die zwei Damen in der Küche noch nichts. Für jede Speisekarte. Wer hat die geschrieben? Die haben wir mit allem anderen geschrieben. Wie hast du das denn kalkuliert? Also Einkaufspreis, Stück. Dann gucken, was ich so an Zutaten dazu habe. Und dann mal 4,4. Mal 4,4. Was kostet ein Schnitzel im Einkauf? 1,10. 1,10. Was kostet Zwiebel? 10 Cent. Was kostet zwei, drei Löffel Hollandaise? 30 Cent. Käse. Was kostet der? 20 Cent. 60 Cent. Kommes? 60 Cent. Was kostet unser Lattel im Einkauf? 80 Cent, 90 Cent. Wir sind 3,20 Euro mal 4,4. Aber ich. 4,4. Das sind 14 Euro. Und 13,50 Euro kostet das. 16 Euro kostet das. 16 Euro. Eine Gastwirtin, die ihre eigenen Preise nicht kennt. Würdest du in einem Restaurant für 16 Euro einen Schweineschnitzel mit Zwiebeln, Pommes und Salat essen? Gehst du im Restaurant einen Schweineschnitzel für 16 Euro essen? Nein. Ich glaube, dass unter anderem die Kalkulation euch das Geschäft kaputt macht. Langsam wird klar, hier fehlt es an grundsätzlichem Gastro-Know-how. Jetzt kommen auch schon die Testesser. Die Deko kommt den Gästen spanisch vor. Oder doch italienisch? Auf jeden Fall wirkt sehr kühl, kalt. Die Atmosphäre, die kann schon ein bisschen, ja, da fehlt was. Da fehlt der Flair. So, auf geht's. Dann können wir gleich die Bude rocken. Susanne ist entspannt, denn sie hat ja nichts an ihrem Essen auszusetzen. Habt ihr zwei verschiedene Geschirre da? Ja. Ja, das eine, das ist noch ein Überbleibsel von unserem Vorgänger. Ob auf Wackeltellern oder nicht, die Vorspeise geht raus. Die Suppe hätte mehr gewürzt sein können. Ich weiß nicht, wie eine spanische Suppe schmecken soll. Kann ich jetzt so nicht sagen, ob das denn so sein sollte. Demnach hat mir das nicht ganz so geschmeckt. Trotz Nachwürzen. Das war die Meinung der Testesser und jetzt gibt's die vom Sternekoch. Das schmeckt mir zu sehr nach Ketchup. Es hat nicht den wirklichen ehrlichen Eintopfcharakter. Und es ist auch keine wirkliche spanische Wurst drin. Also das ist wie die Stimmung hier. Fahrt, langweilig und unambitioniert. Keine Leidenschaft, nix spanisch. Von dem misslungenen Ausflug nach Spanien weiß Köchin Bettina noch nichts und kocht mit Eifer weiter. Wie machst du das? Erst Zwiebeln, dann Bratkartoffeln? Erst Zwiebeln, dann Bratkartoffeln. Du weißt, die Zwiebeln sind kleiner, in Zwiebeln ist Zucker und Stärke. Ja. Das heißt, die Zwiebeln verbrennen und die Kartoffeln sind nicht braun. Nächster Gang, Hauptspeise. Tiefgefrorene Schnitzel mit Bratkartoffeln und Champignonsauce. Ob die Küche damit bei den Testessern punkten kann? Lieblos angerichtet auf dem Teller. Die Zwiebeln verbrannt und die Soße auch für mich, Fertigsauce. Eine Fertigsauce, die wirklich nicht sehr gut war. Die schmeckt echt fettig und pumpig halt. Also jede Pommesbude kann das besser. Dafür würde ich nicht noch mal hinkommen. Ob Frank Rosin den Geschmack der Testesser teilen wird? Ein TK-Schnitzel. Ein frisches Schnitzel lebt. Mit so einem Essen. Braucht man sich nicht wundern, dass man keine Gäste bekommt. Letzte Chance für das Team im Alt-Neuwerk. Das Dessert. Mandarinenquark. So, ihr Süßen. Mandarinenquark. Très bien, très bien. Sie sind flüssig, ne? Nicht genug Quark. Nicht genug Quark? Joghurt soll helfen. Schokostreusel als Ablenkungsmanöver. Schmeckt einfach nicht. Das ist viel zu flüssig. Dosenmandarinen. Also, das ist nicht meins. Es ist kein Quark. Es ist irgendwie Joghurt. Und es schmeckt, ähm, ja, sauer. Und, ähm, komische Konsistenz. Also, ich kann's nicht, äh, essen. Das Beste am Abend waren die Getränke. Also, wenn ich hier essen gehen würde, ich würde nicht wiederkommen. Nach dem Essen, was heute hier bis jetzt war. Und was sagt der Profi zur Mandarinenquark-Suppe? Schmeckt wässrig, fad, kein Aroma. Leichter Ansatz von Joghurt. Ich bin ja hier, um zu helfen. Nur hier reicht nicht helfen. Hier fangen wir aber von ganz vorne an. Hallo und guten Abend. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid und als Testesser fungiert. Ganz wichtig, ich brauche nämlich eure Hilfe. Wir alle brauchen eure Hilfe hier. Insgesamt 50 Punkte können die Testesser in 5 Kategorien vergeben. Wichtig ist eine ehrliche Bewertung, damit der Sternekoch erkennen kann, wie das Alt-Neuwerk bei den Gästen ankommt. Das Urteil der Testesser ist gefallen. Ich hab alles. Wie geht's euch? Bescheiden. Ja, nicht so gut. Ich glaube, dass das ein guter Anfang ist. Denn Veränderung muss wehtun. Ich geh das jetzt auswerten. Es ist gar nicht gut gelaufen für uns. Und kann nur besser werden. Also wir werden alles dran setzen, dass es wirklich so dann auch funktioniert. Seitdem wir mal passiert. Bis mal. Ich bin dran. Untertitelung des ZDF, 2020